Ich heiße Rajesh, ich komme aus Indien, das bedeutet Süd von Indien und ich studiere hier Maschinen und Bau. Ich bin jetzt 23 Jahre alt. Als Ausdruckstudentin habe ich drei Jahre in Indien studiert und habe letzte Jahre nach Deutschland gekommen. Das bin ich in Zittau. Ich finde Zittau sehr cool. In den ersten sechs Monaten war Zittau ein bisschen sehr einfach. Aber nachdem habe ich gute deutsche Freunde bekommen. Viele Freunde helfen mit der Proofung. Und danach habe ich meine Bachelor-Thesis in EOT arbeiten. In EOT habe ich viele Mitarbeiter kennengelernt. Zum Beispiel bei Matthias Herrmann. Aber jetzt habe ich meine Bachelor-Abschluss. Ich werde meine Urkunde heute von der Facultate von Maschinenwesen bekommen. Und ich gehe nach Hannover zum meinen weiteren Master zu studieren. Meine schönes Erlebnis war, dass in Indien wir spielen und die meisten Leute spielen Cricket. Aber in Zittau zu kommen, ich habe ein gutes Sport wie Volleyball kennengelernt. Ich bin jetzt sehr gut im Volleyball zu spielen. Ich bin jetzt ganz gut. Und ich bin schon immer noch dabei. Ich bin jetzt ein besuch. Ich bin jetzt ein besuchtes.